Wehrbaum, Jörg Oppermann, Joachim Heyer. Jetzt sieht das mit den Nationalitäten, den deutschen Farben schon anders aus. Gestern, das war so eine kleine Überraschung für mich. Keiner, der da eingeritten mit den deutschen Farben vertreten. So, kommt zu Kathi, Kathi Offel. Und die bringt jetzt hier von Liane Müller diesen Lord Pezi-Nachkommen. Lord Pezi-Korden-Nachkommen namens Lord Larry. Das wird noch knapp, das wird eine ganz heiße Geschichte. Markus Baerbaum hatte 66 und Kathi holt sich als letzte Starterin hier den Sieg mit Lord Larry. Tja, jetzt freuen wir uns auf die Siegerehrung und Henner schmeißt seinen Plan um und holt sich Kathi.